Wenn wer ist... Oh, da ist ein Widersinn. Boah, ist... Ah, sagst du mal... Ding wieder. Was gibt's mir jetzt sowas von auf dem Keks? Dieses scheiß Fliegding. Hey, bleibe hier. Hier geblieben. Das Fliegding ist down. Und der Große steckt auch noch ein Lichtfett ein. So. Ah, ich kenne die Wache nicht so OP. Lass mal Energie. Das hab ich hier noch gefunden. Luftkanister klein. Okay. Achso, da kann ich meine Zeit im... ...Weltraum ein bisschen erhöhen. Dann machen wir wieder auf. Ich muss noch... ...hier lang. Aber die Tür ist zu. Okay. Was sagt mein Invitar? Puh. Puh. Nein, nicht im Fern. Egal, lass mal sagen. Da muss ich mal selber mal außerhalb der Aufnahmesession gucken, wie man das Inventar bedient, weil... ...äh, das doch ein bisschen komplizierter geführt ist, als ich das gewohnt bin. Nein. Brauch jetzt nicht. Ich will jetzt erstmal eine Runde Bahn fahren. Ich will jetzt erstmal eine Runde Bahn fahren. So. Lass mal meine Cutter wieder nehmen. Ich sehe eigentlich recht nice aus, finde ich. Ich bin einfach ein geiles Schnittchen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist mir ganz und gar nicht gefällt. Das ist doch die Größe, wo wir rausholen. Hä. Einwes. Oh, da ist. Wir sind... Boss. Dann kannst du mal einfach mal fit reinhauen? Oh oh. Eeeihgggg gieb 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 Gott, bieb ihm! Gott, bieb ihm! Boah. Alter Junge. Ich darf keine Munition mehr für das andere Teil? Nein. Ähm, gleich mal mittleres Medipack nutzen. So, jetzt habe ich noch Platz für Muni. Wie ich Objekte in die Schnellleiste kriege, das weiß ich alles noch nicht. Erstmal hier. Erstmal der Fuß noch abgetreten. 1000 Credits. Lass mir die andere Waffe nachladen. Reload. So, die erste Waffe wieder nehmen. Credits. Okay. Was habe ich hier? Wieder ein Audio-Log. Sie hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Sie hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Danvers. Klappe halten. Technisches Logbuchtempo. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gebracht und in dem Zug auf den Ventilen den Rüst gegeben. Die müssen repariert werden, bevor ich die wieder eröffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bustare ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Danvers. Hilfe mit den Werkzeugen. Erfurt. Jetzt mal doch speichern. Also irgendwann wurden so sabotiert. Ach so, das ist zäh. Aber das ist nicht gern geändert. Also da muss ich auch noch mal gucken, wo ich das ändern kann. Schema. Download im Shop. Ich kann hier nichts machen. Mir fehlt irgendwie ein Hebel oder so. Oh, fuck. So, da wurde leider kurz die Aufnahme gecuttet. Ich hoffe, es gibt keinen allzu großen Problem damit. Ich habe die verkehrte Taste gedrückt. Dass ich die verkehrte Taste gedrückt habe, mal wieder. Naja, muss ich mir halt was einfallen lassen, damit ich das am besten überspringen. Was ist da? Unimental ist voll. Ist das schon wieder voll? Was sind das? Schema. Brandstoffzelle. Bring das Schema zum Shop. Bring das Schema zum Shop. Jetzt brauche ich einen Shop. Ach so. Da muss ich drehen. Map. Ich muss wieder zurück. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht, warum ich jetzt wieder zurück muss. Ich bin auch gerade erst rüber gekommen. Ich gehe mal wieder zurück. Ich komme aber nicht zurück. Ich muss aber zurück. Was ist hier los? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Nein. Geht nicht. Irgendwas muss ich hier noch mal machen, bevor ich zurück kann zum... Naja, aber mein Ziel sagt doch, ich soll hier weiter. Oh man. Ist das jetzt verwirrend? Irgendeine Mission habe ich nicht abgeschlossen. Ich glaube, ich muss jetzt erst dieses Modul hier fließen. Aber ich kann hier nichts machen. Was ist drauf schießen? Ah. Aha. Ist er hier ein Stein. So ein hässlicher Gnom, geh weg. Und dann kommen wir noch so ein hässlicher. Und dann kommt noch einer. Ich hoffe nicht. Doch. Stirb. Stirb. Kannst du nicht beim ersten Mal sterben? Was hast du noch? Oh, das brauche ich doch eigentlich gar nicht. Das soll ich jetzt nicht mit dem Ding spielen, Fußball. Das geht gar nicht. So macht man das. So, jetzt kann ich zurückfahren. Ich gehe jetzt noch in die Luft an. Boom. Das war es mir noch wert. Der Schuss hat... Ich glaube, ich habe noch 37 Schuss. Ich will das Star-Sidee-Ding noch einsetzen. Nutzen. So. So, meine Freunde, ich bin wieder da. Kommt zu Papa. Gibt's auf die Fresse. So. Anna. das kommt wirklich das weiß ich nicht was du siehst ich weiß nur hier gibt es jede menge feind kontamination ist es eine vielchen wo mehr im abgewischt ist machen wir jetzt mal den antrieb wieder an boah ich voll shit alter wo mache ich den antrieb an also muss weiter ich kann ja gar es machen oder zunächst hier freigeschalten das shop muss erst mal das zeug loswerden und habe ich meine tatsache voll brennstoff flammer und ripper ist nur ripper industriekreissäge mit fernsteuer nein ich glaube jetzt erst mal erst mal gekauft habe ein bisschen zu brutzeln dass es gegen die kleinen dinger richtig nice ist zu verbrutzeln wo wir hin welche 34 hat was gott glaube aufzüge sind eigentlich immer relativ safe so so Untertitelung des ZDF, 2020